Und sage herzlich willkommen zu dieser Stunde mit Barbara Buchiger von Safer Internet. Ich finde es super, dass du da sagst. Danke. Und ich will gar nicht lange mehr sprechen, sondern ich freue mich, dass wir die Barbara bekommen haben für diese Stunde heute und dass ihr alle da seid schon. Und ich übergebe das Wort an die Barbara zum Thema Datenschutz. Vielen herzlichen Dank, Dagmar. Ob ich so ganz die Richtige eigentlich bin zum Thema Datenschutz, muss dann jeder für sich selbst beurteilen. Ich bin keine Juristin. Ich kann mich diesem Thema also nur von eher der Seite der Praktiker lehren. Versucht das bei Juristen immer wieder zu überprüfen und zu hinterfragen, was ich so erzähle. Und wenn ich dann falsch liege, dann ändere ich das auch. Aber beginnen wir. Ich hoffe, jetzt sind die Folien, das Titblatt der Folie richtig zu sehen. Ja, wir sehen unten, aber die Leiste auch noch. Aber das ist wurscht. Egal. Es ist schön. Jetzt ist sie weg. Ja, jetzt ist sie weg. Ja, Datenschutz ist eigentlich normalerweise ein Thema, wo nicht so viele Menschen uns die Bude einrennen, weil es so ein bisschen ein unangenehmes Thema erscheint. Es ist sperrig. Es ist anstrengend. Es ist vielleicht mühsam. Man muss sich nur anstrengen. Und was hat man eigentlich davon? Ist so die Frage, die da irgendwie oft gestellt wird. Und ich möchte da einen Schritt zurück machen ein bisschen und versuchen es auch eine Spur, eine Erklärung zu geben. Warum beschäftigen wir uns eigentlich heute mit diesem Thema Datenschutz so intensiv? Warum ist uns das heute ein Anliegen? Und was ist auch der Grund, warum es notwendig in der Arbeit mit den Jugendlichen ist? Und ich starte hier mit der Sammlung von Daten zu Personen, die es ja schon ganz, ganz lang gegeben hat. Hier ein Meldezettel, ein Meldezettel aus Wien, einer doch nicht unbekannten Person, nämlich der Maria Lassnig, die sich in Wien 1947 gemeldet hat. Und den findet man in dem Geschichts-Wiki der Stadt Wien, ist das sozusagen ausgestellt, so wie im Museum. Und warum die Meldezettel, 1947 war sozusagen die Zeit nach der Nazizeit, aber in der Nazizeit waren genau solche Sachen wie Meldezettel ein ganz wichtiges Instrument, um Menschen bestimmter Gruppen herauszufischen. Mir ist es, als ich vor vielen, vielen Jahren einmal am Meldeamt war, um herauszufinden, wer in einer Wohnung, in der ich gewohnt habe, davor gewohnt hat und ich in diesen historischen Teil des Meldeamtes kommen konnte, konnte ich die sehen. Ich habe nur im Internet kein Bild davon gesehen. Es gab nämlich diese Staberlen, die Staberlen, die bei den Karteikarten in der Nazizeit an bestimmten Stellen es ermöglicht haben, Juden herauszufischen, weil die waren am Meldezettel vermerkt. Das konnte ich also auch wirklich sehen. Und das war der Grund, warum auch in Österreich, nicht nur in Österreich, aber bei uns sehr schnell zum Beispiel die Juden gefunden werden konnten und mit einem Stockerlgriff sozusagen herausgefischt waren. Das ist ein Beispiel aus der Vergangenheit. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, dann sind so die ersten Sammlungen, die ich so gefunden habe von personenbezogenen Daten, auch etwas, was wir uns im Moment gut vorstellen können. Das waren nämlich Dinge, die mit übertragbaren Krankheiten zu tun hatten. Also der Pest, der Cholera oder ähnlichen Dingen, um Leute abzusondern, an andere Orte zu bringen, um sozusagen Epidemien, Pandemien auch wieder einzudämmen. Das heißt, dieses Sammeln von Personendaten ist sicher immer auch zu guten Zwecken passiert, aber in manchen Situationen haben sie sich auch leicht missbrauchen lassen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Hintergrund, warum wir uns mit so Sachen mit Datenschutz beschäftigen müssen und warum es sozusagen sowohl auf Seite von uns Personen, die wir Daten verarbeiten, nutzen, brauchen, aber auch auf Seite der Personen, von denen Daten gesammelt werden, es eben wichtig ist, damit wir uns damit beschäftigen. Eine Schülerin, die ein Referat über Datenschutz gemacht hat und da zu mir gekommen ist, hat das dann so definiert. Datenschutz ist die Gewissheit, selbst entscheiden zu können, wem man welche persönlichen Daten geben möchte und zu welcher Zeit und eigentlich auch wie lange und wann man auch davon wieder zurücktritt. Das heißt, sie hat das so interpretiert, dass Datenschutz eigentlich ein Recht ist, das ich als Person habe, das ich mir auch nehmen muss in manchen Situationen und wo ich auch mir darüber Gedanken machen muss, was möchte ich, wem gebe ich was und wem gebe ich was nicht. Ich meine, ich bin jetzt bei Sefe Internet schon recht lange und auch war schon tätig in der Zeit, dass Facebook aufgekommen ist und ich habe damals sehr viele Schulungen mit Schülerinnen und Schülern gemacht und das war eigentlich in der Diskussion immer recht spannend und interessant, wenn so dieses Thema auf Datenschutz bei Facebook gekommen ist und wir so erklärt haben, Facebook nutzt diese Daten auch, um damit Geld zu machen, um euch die entsprechende Werbung anzuzeigen, um sozusagen euch zu monetarisieren. Dann haben die uns damals immer gesagt, ja gut so, weil wir wollen ja, dass das Produkt Facebook gut funktioniert. Daher bin ich durchaus bereit, da meine Daten herzugeben. Ich bin durchaus bereit sozusagen, mich auf diesen Deal einzulassen. Das Interessante ist, ich habe den Eindruck, dass heute da vielleicht weniger drüber nachgedacht wird, über genau diesen Zusammenhang, wem gebe ich meine Daten, was macht er damit und welche sozusagen Folgen hat das dann auch, wie in dem Fall, dass eine Software besser funktioniert und ähnliches. Das war in Zeiten, bevor die Europäische Datenschutz-Grundverordnung gekommen ist, die für uns heute eigentlich so die Basis und die Grundlage vieler unserer Arbeit ist und die uns urnervt, die uns urnervt in unserer Arbeit, die uns urnervt, wenn wir das Internet benutzen, weil wir dauernd auf diese depperten Cookies-Zeugs klicken müssen und ähnliche Dinge. Aber vielleicht einen Schritt zurück. Warum gibt es die? Die gibt es letztendlich, um genau dieser Definition dieser Schülerin von vorher zu folgen, damit wir nutzende Personen, damit wir Personen, deren Daten auch verarbeitet werden, eigentlich dieses Recht haben, darüber zu bestimmen, was mit unseren Daten passiert. In der Praxis ist das nervig und anstrengend, auch für sozusagen, wenn wir das Internet nutzen und dauernd diese depperten Cookie-Seiten akzeptieren müssen. Aber sozusagen, es gibt uns eine Wahlmöglichkeit. Wenn wir zum Beispiel nach Amerika schauen, ist das nicht so. Da gibt es diese Wahlmöglichkeit nicht. Und da ist es auch durchaus so, dass für Personen noch viel mehr so das Achselzucken, was soll ich schon tun, auch in Wirklichkeit Berechtigung hat. Ganz kurz die langweiligen Dinge am Anfang. Das sozusagen Datenschutz-Grundverordnung, was sind da eigentlich so die Grundlagen? Und das klingt ja alles eigentlich sehr nett. Also die Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparent. Ich muss eigentlich wissen, was passiert. Die Datenminimierung, das ist das, was uns in der Praxis dann als in unserer Arbeit urnervt, weil wir eigentlich dafür sorgen müssen, Zeug immer wieder zu löschen, immer wieder zu schauen, ist das wirklich noch notwendig zu speichern. Also das sind so die Sachen, die eher öd sind. Aber gut, Speicherbegrenzung, dass wir eben danach trachten, dass weniger sozusagen auch gespeichert wird, weniger lang. Wir müssen rechenschaftlich darüber ablegen. Es gibt eine Zweckbindung. Das heißt, wir müssen ganz genau sagen, wozu wir den Daten speichern. Es muss richtig sein und die Integrität, ich kann dieses Wort leider nie aussprechen, und Vertraulichkeit so als eine Basis. Das heißt, wenn wir das so anschauen und diese Begriffe, die da stehen, dann sind die eigentlich von einem sehr menschenfreundlichen Weltbild auch bestimmt. Und sozusagen, man hat auch das Gefühl, hier geht es wirklich darum, Personen zu schützen. In der Praxis erleben wir das eben nicht so, das habe ich schon gesagt, aber es gibt dann schon durchaus Dinge, wo man das auch so sehen kann. Also ich hatte zum Beispiel den Fall, ich wollte den Arzt wechseln, einen Arzt, den ich sehr lange schon hatte und der urviele Befunde und Krankengeschichten von mir hat. Und ich wollte zu einem anderen Arzt des gleichen Faches wechseln und habe von diesem Arzt verlangt, mir meine Krankengeschichte auszuhändigen. Und der hat einmal gesagt, nein, aus Datenschutzgründen kann er mir meine Krankengeschichte nicht aushändigen. Ja, leider hatte sich der Arzt geirrt, weil genau das ist jetzt die Sache. Der Arzt muss mir jetzt meine Daten aushändigen. Und genau das Datenschutzrecht verpflichtet alle, die Daten sammeln. Im Fall, wenn jemand daherkommt und sagt, was hast du über mich, muss diese Institution, diese Organisation, diese Person das auch herausrücken. Das kann uns jetzt als Organisationen nerven, weil das muss in einem relativ raschen Zeitraum, ich habe vergessen, wie schnell das gehen muss. Aber in dem Fall war das sehr praktisch. Der Arzt hat es mir dann zukommen lassen, ausgedruckt in einem Kuvert, weil per E-Mail, das wäre ja unsicher, hat er auch recht gehabt. E-Mail ist nicht die sicherste Form, personenbezogene Daten im Internet zu übertragen. Da ist der Brief sicher die gescheitere Lösung gewesen. Es geht also um personenbezogene Daten und bitte entschuldigt diese wirklich entsetzliche Folie. Ich wollte sie nur drinnen lassen, weil da einfach so diese wichtigen Begriffe auch alle auf einen Blick zu sehen sind. Es geht also bei personenbezogenen Daten immer um alle Daten, die auf eine Person einen Rückschluss zulassen. Also mit der ich eine Person identifizieren kann. Das können jetzt so Dinge sein wie Name, Adresse, Telefonnummer, mein Nickname in den sozialen Netzwerken. Aber es kann auch sein, man erkennt mich von hinten, weil ich so eine ganz spezielle Körperhaltung habe, weil ich so ganz speziell stehe, wie nur ich stehe. Dann ist auch selbst ein Bild von mir von hinten, wo ich ganz eindeutig identifizierbar bin, ein solches personenbezogenes Datum. Und das macht uns das Leben natürlich, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, noch besonders schwer, weil das weit darüber hinausgeht, als was wir in der Vergangenheit gesagt haben, Name, Adresse, Geburtsdatum, all diese Sachen, sondern es sind einfach auch andere Merkmale. Ein Foto, wo ganz klar ist, dass das auch mittels Gesichterkennung nur ich sein kann und ähnliche Dinge. Was kann ich also jetzt sozusagen tun? Und das ist auch das, was wir immer so hören in den Medien. Ja, da werden Daten übermittelt, aber das sind ja nur anonyme Daten oder anonymisierte Daten. Manchmal kommt es auch mit diesen pseudonymisierten Daten, also wenn sozusagen die Person nicht direkt zugeordnet werden kann, aber es schon sozusagen auf eine konkrete Person sich bezieht, die wird in der Öffentlichkeit zumindest in meiner Wahrnehmung nach weniger häufig genannt. Aber die anonymisierten Daten, die sind sehr häufig da. Ich finde, das kann man auch ein bisschen kritisch hinterfragen, ob die immer so anonym dann auch wirklich sind. Da ist dieses berühmte Beispiel, es gibt so ein Auto, diese Kasteln, die mir den Weg anzeigen, diese eine Marke, die aus so zwei kurzen Vornamen besteht, die hat vor einigen Jahren, das ist schon wirklich viele Jahre her, als das wirklich noch so Kasteln waren, die im Auto herumgehangen sind, Daten verkauft. Sie hat die Daten an die Polizei verkauft, anonymisiert, völlig anonymisiert. Neues Geschäftsfeld, ja, Big Data, neues Geschäftsfeld, das ist ja, viele Firmen kommen auf die Idee, dass sie irgendwas sozusagen auch zusätzliches Einkommen noch generieren. Also diese Firma hat das gemacht und die Polizei hat diese Daten sehr gerne übernommen und hat dann klarerweise dort Maßnahmen gesetzt, um zu überprüfen, wer schnell fährt und wer nicht schnell fährt. Weil natürlich mit einem Navigationsinstrument wird aufgezeichnet, wer fährt in welcher Kurve, wo nur 50 angezeichnet ist, aber immer 70. Und zu welchen Tageszeiten passiert das? Und wenn aber in einer Gegend das Recht ist, wenige Personen vielleicht nur die, die genau diesen Weg zu diesem Gebäude fahren, diejenigen sind, die dort schneller fahren, dann sind wir schnell auch wieder den Konsequenzen, die es für eine Einzelperson hat. Ja, das waren alles anonymisierte Daten. Es wurde nicht mitgegeben, was für Autos, welche Marken, welche Autokennzeichen, welche Personen saßen drinnen. Nur trotzdem, der Effekt war ganz klar für die Personen, die immer genau diese Kurve 70 statt 50 gefahren sind, hatten mit Strafen zu rechnen. Also man sieht, dass man da auch durchaus, wenn es so um anonymisierte Daten geht, durchaus hin und wieder kritisch sein kann. Eine besondere Form der personenbezogenen Daten, und das sind die, die für uns oft in der Arbeit sehr relevant sind, sind diese sensiblen Daten. Ihr seht sie unten, die Gesundheitsdaten, genetische Daten, politische Meinung, Gewerkschaft, Zugehörigkeit würde da auch noch dazugehören. Rassische, ethnische, herkunftsexuelle Orientierung. Also zurück zum Beispiel von Facebook am Anfang, Daten, die in der Vergangenheit viele Personen zum Beispiel über Facebook, über sich selbst eigentlich weitergegeben haben. Und wir sind jetzt hier eigentlich in einem gewissen Dilemma. Das sind Daten, die besonders geschützt werden müssen. Also wo wir besondere Maßnahmen treffen müssen, wenn wir die speichern. Wo wir besonders schnell wieder schauen müssen, dass die gelöscht werden. So das klassische Beispiel ist, man macht einen Ausflug mit einer Gruppe von Jugendlichen. Und es wird vorher erhoben, wer was isst. Da gibt es dann die Kategorie, wer Schweinefleisch isst und wer kein Schweinefleisch isst. Und wer glutenfrei, was weiß ich, laktosefrei, all diese Dinge, die man da so heute erheben kann. Und hier werden jetzt zwei sensible Daten erhoben, nämlich die Gesundheitsdaten und unter Umständen auch die Religion. Weil das Schweinefleisch in der Regel bei uns, bei Jugendlichen eher auf religiöse Herkunft oder religiöses Bekenntnis zurückzuführen ist. Und jetzt weniger auf Gesundheit, wie es vielleicht im späteren Lebensalter manchmal der Fall ist. Wenn ich solche Dinge speichere, weil die brauche ich und damit sind wir auch schon bei unserem nächsten Punkt. Warum darf ich den Daten überhaupt verarbeiten? Also wenn ich die speichere, weil ich muss diesen Ausflug planen. Da brauche ich genau diese Dinge, um das überhaupt zu können. Ich muss dem Restaurant, wir nehmen an, das gibt es auch irgendwann wieder, ja sagen, wer isst was und ähnliche Dinge. Aber aufgrund der Tatsache, dass das besondere sensible Daten sind, muss ich mir überlegen, wie mache ich das jetzt wirklich in der Praxis? Und da gibt es verschiedene Wege. Also was nicht geht, ist, dass ich eine Liste anlege, wo dann draufsteht, diese und jene Personen mit vollem Namen essen kein Schweinefleisch. Also das ist etwas, das nicht geht. Aber ich kann sagen, fünf Personen essen kein Schweinefleisch. Wenn ich es erhoben habe, ist es gut, wenn ich einfach nach diesem Ausflug, wenn alles abgerechnet und abgeschlossen ist, ich genau solche Informationen zu den Personen auch wieder lösche. Aber warum darf ich es in diesem Fall trotzdem erheben? Es ist mein berechtigtes Interesse. Ihr seht jetzt hier auf dieser Folie die sechs Gründe, warum man nach der Datenschutzgrundverordnung Daten erheben kann. Da ist die berühmte Einwilligung, das ist das, was uns bei den Cookies nervt. Und das ist das, was viele Institutionen, Einrichtungen, die Schule etc. manchmal mehr oder weniger perfekt machen. Aber was manchmal gerade in der außerschulischen Jugendarbeit oder in der Prävention nicht geht, weil ich zum Beispiel Eltern fragen müsste und wenn ich aber jetzt zum Beispiel Kinder oder Jugendliche im Bereich des Themas sexuellen Missbrauchs berate, unterstütze, supporte und ich bräuchte jetzt hier das Einverständnis der Eltern, die eventuell hier mit auch ein Grund sind, dass dieser sexuelle Missbrauch passiert, weil im Endeffekt ist das wohl noch immer in den meisten Fällen im Umfeld, im familiären Umfeld der Kinder und Jugendlichen, dann wird es nicht gehen, dass ich hier eine Einwilligung der Eltern verlange, sondern dann ist es das berechtigte Interesse. Und das ist so, mein juristischer Kollege sagt, das ist sozusagen die Grundlage für diese Datensammlung, die so ein bisschen ein dehnbares Gefäß ist, wo man so alles Mögliche versuchen kann hineinzubringen. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem großen sozialen Netzwerkanbieter vor der Einführung dieser Datenschutz-Grundverordnung, die sich dann auch darauf bezogen haben, wenn sie sozusagen Daten von Kindern und Jugendlichen verarbeiten, dass sie aufgrund des berechtigten Interesses dies tun, weil sonst könnten sie ja nicht ihrer Tätigkeit nachgehen. Und diesem, sonst könnte man nicht der Tätigkeit nachgehen, das gilt ja auch für andere Bereiche. Und das ist auch eine wichtige Grundlage für viele sozusagen der Bereiche in der außerschulischen Jugendarbeit, auf die man sich beziehen kann und sich auch einige Einrichtungen beziehen. Etwas, was sozusagen neu wurde durch die Europäische Datenschutz-Grundverordnung, das hat es davor in Europa noch nicht gegeben. Das war, dass es jetzt ein Alter gibt, ab dem Jugendliche selbst entscheiden dürften, ob ihre Daten verarbeitet werden dürfen oder nicht. Und das ist bei uns in Österreich 14 Jahre. In Europa kann das aber zwischen 13 und 16 Jahren liegen. Und da muss man sich eben bei jedem Land dann anschauen, wie ist das dort und welche Regeln gelten dort. Die Altersgrenze, die wir alle kennen, jeder vermutlich Einzelne von uns hier, weil wir irgendwann damit konfrontiert wurden, ist die Altersgrenze, die in Irland gilt. Warum? Irland ist der Sitz vieler Technologiekonzerne in Europa. Also da sind Facebook, Google, ich glaube auch TikTok zu Hause und haben hier die europäische Niederlassung. Und dort ist das Alter 16. Warum wissen wir das alle oder warum haben wir es auch alle irgendwann vermutlich bemerkt? Also ich unterstelle jetzt allen hier, dass alle irgendwann einmal auf WhatsApp waren in den letzten Jahren. Es war so, dass da, das war glaube ich Christi Himmelfahrt vor drei Jahren plötzlich WhatsApp die Nutzungsbestimmungen geändert hat. Also das erinnert uns vielleicht an die momentane Situation. Da ist so ein Pop-up Fenster aufgepoppt und man musste in WhatsApp angeben, dass man 16 Jahre alt ist. Hat man das nicht getan, hat man also nicht gelogen unter Umständen, dann war WhatsApp weg. Und das war der Moment, wo hunderttausende Kinder in Österreich plötzlich 16 wurden und jetzt also mittlerweile 19 sein müssten. Also wir haben eine sehr hohe 19-jährige Populationsrate in Österreich, wenn es nach WhatsApp geht. Das war der Moment eben, wo WhatsApp die Nutzungsbestimmungen für Europa geändert hat. Und nach, also diese Altersgrenze hier eingeführt hat, also so Sachen wie 16, wie 14, wie 13, die haben alle nichts mit der geistigen Reife von Jugendlichen zu tun, was manchmal so unterstellt wird. Es wird dieses Alter 13, das sind viele Nutzungsbestimmungen von amerikanischen sozialen Netzwerken, ist ja immer als das Alter angesehen, wo die Jugendlichen reif genug sind. Um sich zu überlegen, was sie denn im Internet tun oder nicht. Damit hat das überhaupt Nüsse gar nichts zu tun, sondern das ist rein der rechtliche Hintergrund, weil in Amerika gibt es nämlich schon länger dieses Altersbeschränkungen, ab welchem Alter Firmen Daten verwerten und verwenden können. Und dort ist es 13 Jahre. Bei uns eben in Österreich 14. Wenn jetzt irgendjemand die Frage stellen würde, und ich nehme sie gleich vorweg, weil ich kann sie nicht wirklich beantworten. Also in den Nutzungsbestimmungen von WhatsApp steht 16, bei uns ist es aber eigentlich 14. Was gilt jetzt für unsere Jugendlichen wirklich? 14 oder 16? Es ist meines Wissens nach nicht ausjudiziert und es gibt meines Wissens nach auch die Meinung, dass man durchaus auch so sehen könnte, dass WhatsApp in Österreich eigentlich auch für 14-Jährige rechtlich nutzbar wäre. Aber das ist ein bisschen eher Theorie oder unerheblich. Weil was ist wirklich die Realität? Also dass in WhatsApp 7, 8, 9-Jährige sind, die weit entfernt von den 14 Jahren, von den 16 Jahren, von irgendwelchen Jahren sind. Und wie ist das jetzt mit denen? Dürfen die eigentlich in WhatsApp sein? Die sind ja nicht immer halb so alt unter Umständen wie die 16 Jahre. Wenn die Eltern die Zustimmung geben, dann ja. Ja, also sozusagen die 14 Jahre oder die 16 Jahre, die haben etwas damit zu tun, dass die Jugendlichen selbst ihre Zustimmung geben könnten. Wenn es die Eltern davor geben, dann ist das durchaus eine Möglichkeit, die auch von vielen als okay angesehen wird. Und das heißt, das ist also auch immer wieder eine Möglichkeit, dass ich eben Zustimmung von Eltern einhole, sofern das unter meinen Arbeitsbedingungen möglich ist. Und wie gesagt, das ist gerade in der außerschulischen Jugendarbeit nicht immer möglich. Gut, das war jetzt sozusagen einmal ein bisschen eine Einleitung zu den Fragen, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Datenschutz, was ist so der Grund? Und ich würde jetzt im nächsten Teil ein paar Dinge herausgreifen, wo wir es uns ein bisschen näher angeschaut haben. Wie schaut es da bei verschiedenen Apps oder Angeboten eigentlich mit dem Datenschutz aus? Manches hat sich im Laufe dieser letzten Jahres-Pandemie durchaus auch geändert. Da haben sich auch Meinungen geändert und es haben sich auch rechtliche Einschätzungen dazu geändert. Das heißt, ich gebe jetzt bei diesen Dingen Sachen wieder, die ich wahrgenommen habe, wo ich gesehen habe, das könnte so der aktuelle Stand der Diskussion sein. Ich möchte darauf hinweisen, ich bin keine Juristin und es kann auch sein, dass ich in dem einen oder anderen Fall vielleicht eine Einschätzung wahrgenommen habe, die andere nicht zu sehen. In diesem Fall, wenn ihr das so, also da auch andere Meinungen dazu habt, der Chat, den kann ich sehen, euch leider nicht, aber da bitte auch gerne hineinschreiben. Und ich beginne mal mit dem Ding, wo wir uns gerade befinden, nämlich mit Zoom. Zoom war gerade in dem ersten Teil des, also im ersten Lockdown oder auch im ersten Teil dieses vergangenen Jahres eigentlich anfangs sehr umstritten. Aus Datenschutzgründen wurden also die großen Feinde oft auch angesehen. Ich selbst habe auch in der Vergangenheit, weil ich nutze Zoom schon wirklich sehr viele Jahre immer wieder mal den Eindruck gehabt, hoppala. Also was die da so machen, das könnte auch vielleicht ein bisschen über das sozusagen okay Maß hinausgehen, nämlich Zugriffsrechte auf den Mac. Da waren sie in der Vergangenheit wirklich auch nicht okay, aber Zoom hat sehr nachgebessert, hat sich sehr sozusagen auf den neuesten Stand gebracht, hat auch sehr viel in Sicherheit investiert. Ihr seht hier links oben eins der ersten Online-Meetings, die die britische Regierung gemacht hat. Und dieses Bild ist deshalb hier, weil es nämlich als so ein Beispiel der Verletzung des Datenschutzes aus Blödenheit eigentlich heraus angesehen wurde oder auch verbreitet wurde. Ihr seht nämlich da ganz links oben bei dem Screenshot der britischen Regierung die Daten des Zoom-Meetings. Und das war auch eine Zeit, wo eigentlich das berühmte Zoom-Bombing sehr oft vorgekommen ist, weil man hat nur irgendwie solche Zoom-Meetings eingeben müssen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man in irgendein Meeting hineingeplatzt ist und dann dort Blödsinn machen konnte, war eigentlich sehr groß. Zoom hat da lang nachgebessert. Es gibt heute den Passwortschutz, es gibt heute das Warteraum. Wenn man da in TikTok so unterwegs ist, dann kann man nur sagen, nicht alle Lehrenden zumindest haben das schon so kapiert. Ich habe nicht wenige TikToks gefunden, so kommt doch in unsere Klasse am Mittwoch um 12 Uhr, hier ist die ID und macht Zoom-Bombing. Also das ist sozusagen jetzt, ist ja den Jugendlichen im Homeschooling schon wirklich sehr fad. Sie empfinden es schon oft als eine Zumutung und kommen dann auf solche guten Ideen. Aber Zoom ist ganz sicher eine sehr niederschwellige Möglichkeit und wie man auch heute und hier sieht, gut geeignet für große Gruppen. Ich weiß, dass es in manchen Berufsgruppen, wie zum Beispiel bei Polizisten, Polizistinnen nicht möglich ist, von Dienstgeräten auf Zoom zuzugreifen. Dort ist es aus Datenschutzgründen immer noch nicht möglich. Aber zum Beispiel im Bildungsbereich ist es mittlerweile schon so, dass eigentlich auch gesehen wird, dass hier Zoom nicht mehr das Problem ist, wie das in der Vergangenheit gesehen wurde. Vielleicht hier noch ein ganz kurzer Sidestep zu Teams, das ja in Schulen sehr viel im Einsatz wird. Microsoft wird so immer wieder als die Guten im Bereich des Datenschutzes dargestellt. Mit Microsoft gibt es einfach vertragliche Vereinbarungen. Das, glaube ich, war der Punkt zwei bei den Berechtigungen, warum man Daten verwenden kann. Es sehen aber durchaus in der Praxis nicht alle so, dass das sozusagen auch aus Sicht der Schüler und Schülerinnen immer so nur positiv gesehen wird, ob in welcher Form Microsoft das sozusagen, was die mit den Daten machen, ist auch, das sagen Schüler und Schülerinnen immer wieder, auch nicht immer ganz transparent für sie. Die, also da gibt es auch durchaus immer wieder mal auch kritische Stimmen. Eine App, wozu man definitiv einiges an kritischen Stimmen haben kann und die im ersten Lockdown sehr viel genutzt wurde, ich glaube jetzt nicht mehr so ganz, das war Hausparty. Und Hausparty, da kann man also wirklich davon ausgehen, die hören mit, die speichern, das wird zu Werbezwecken genutzt. Das muss einfach völlig klar sein. Alles, was in Hausparty gesagt wird, getan wird, wird irgendwo genutzt. Hausparty gehört auch einem der großen Spieleanbieter. Das Positive daran ist, dass wirklich lustige Spiele drin zu finden sind, die auch sehr gut funktionieren. Aber ganz sicher werden diese Daten auch ganz genau dazu genutzt. Und ein bisschen ähnlich wahrscheinlich, also so, wir haben das ein bisschen in unserer internen Diskussion so salopp gesagt, das Clubhouse, diese App, die da seit ein paar, seit einer Woche ungefähr oder zwei Wochen so, die Runde macht in den Medien, in den sozusagen Gazetten eher, ist wahrscheinlich recht ähnlich zu bewerten, wie Hausparty auch dort. Mein Kollege, der Matthias, sagt das immer eher so, ein Datenschutz-Super-GAU, auch bei Clubhouse kann man davon ausgehen, dass die Dinge aufgezeichnet, ausgewertet werden, Zugriffe aufs Telefonbuch, das passiert sowieso. Ja, gehen wir weiter zu einer Anwendung, die in der Jugendarbeit viel genutzt wird und wo es auch, das seht ihr jetzt ganz klein hier unten, aber ich stelle nachher diese Folien auch zur Verfügung, man könnte auf diesen Link auch direkt zugreifen, die Jugendmedienkultur Nordrhein-Westfalen hat sich das genauer angeschaut, der hat eine sehr genaue Beurteilung von Discord in der Kinder- und Jugendarbeit gemacht, da es ja doch oft zum Einsatz kommt. Nordrhein-Westfalen und liegt in Deutschland und unsere deutschen Kolleginnen und Kollegen, die sind alle wahrscheinlich so in Europa die kritischsten, was Datenschutz anbelangt. Sie sind auch die, die immer am strengsten in den Beurteilungen sind und die sehen also auch, dass Discord zwar verwendet wird und es ganz spezielle Bedingungen gibt, es zu verwenden, aber im Großen und Ganzen würden sie eher davon abraten, weil man sich, und das ist ganz sicher ein großes Problem an Discord, dass Inhalte und Aktivitäten ausgelesen werden können, auch ein Dritte weitergegeben werden können, das bestätigen wir in den Nutzungsbestimmungen, wenn wir es nutzen, aber das Gute ist, ich kann diese Personalisierungsdatensammlung, das kann ich deaktivieren und ich kann auch in den Einstellungen als nutzende Person einiges machen, damit meine Daten auch nicht weitergegeben werden. Zum Beispiel für Werbezwecke, das kann ich abdrehen, das habe ich mir gerade vor ein paar Tagen wieder angeschaut, da hat also Discord auch nachgebessert. Ich kann nicht deaktivieren, dass Discord die Zwecke zur Verbesserung des Angebots verwendet und da ist natürlich immer die Frage, was meinen Sie genau mit der Verbesserung des Angebotes. Aber warum es eigentlich so gern auch verwendet wird in der Jugendarbeit, dieses Einrichten der eigenen Server, auf dem ich einfach sehr viele Dinge teilen kann, wo ich viele Dinge miteinander nutzen kann, das ist einfach wirklich sinnvoll, praktisch. Ich persönlich würde auch so sehen, Discord zu nutzen. Ich muss nur darauf achten, dass eben nicht Daten über Kinder und Jugendliche, die auf problematische, zum Beispiel Gesundheitssituationen oder andere Situationen Rückschluss lassen, dort passieren. Beratung über Discord, nein, miteinander Zeit verbringen, unbedingt ja. Miteinander spielen, miteinander Spaß haben, unbedingt ja. Mittlerweile scheint es ja auch so zu sein, dass die großen TikToker, TikTok-Creators, alle ihre eigenen Discord-Server haben und dann dort mindestens hin und wieder mal die Jugendlichen auch einladen, miteinander Netflix zu glotzen. Also all diese Dinge lassen sich sehr gut in Discord einbinden. Ich kann Spotify-Playlists einbinden, miteinander Musik hören, eine Party haben, und all das ist gut möglich. Datenschutzmäßig ist es natürlich so, dass diese Daten ausgetauscht, weitergegeben werden. Aber wenn ich darauf achte, dass hier eben keine wirklich sensiblen Dinge passieren, dann glaube ich, ist es gerechtfertigt und im Sinne so der Berechtigung durchaus ein sinnvoller Weg. Ja, gehen wir noch weiter zu TikTok, schon angesprochen. Ja, was TikTok und den Datenschutz anbelangt, da gibt es durchaus auch sehr unterschiedliche Meinungen. Ich habe persönlich die Haltung, es ist sinnvoll, es zu verwenden, wenn es die Kinder und Jugendlichen verwenden. Dort sind wir. TikTok ist in den sozusagen Nutzungszahlen bei den Kindern und Jugendlichen relativ weit oben. Ich sollte nur darauf achten, dass man zum Beispiel gerade bei den Kindern darauf aufmerksam zu machen, dass die private Accounts haben, dass man das Video runterladen, deaktiviert, vor allen Dingen bei den Kindern. Und dann ein anderes Thema, die Urheberrechte. Also in dem Moment, wo ich TikToks in einer anderen App, sei es in Instagram, irgendwo anders weitergebe, mache ich eine Urheberrechtsverletzung. TikTok ist das Wurscht. Ich habe mich irgendwann in einer unserer europaweiten Weiterbildungen da auch gestritten mit Ihnen. Aber ja, so ist das. Ja, und die personalisierte Werbung, auch das ist wichtig, kann ich bei TikTok deaktivieren. WhatsApp, das Thema, wo im Moment alle eigentlich gerade besonders viel um Datenschutz ringen und debattieren und abwandern und alle installieren jetzt Signal oder Telegram. Also was hat es mit dieser WhatsApp-Änderung der Nutzungsbestimmungen da auf sich? Wir haben da einen Artikel auf unserer Safe-Internet-Webseite, falls ihr dort mal hinschauen möchtet, wo das genau erklärt wird. Aber so ganz grob zusammengefasst, für uns in Europa, aufgrund der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung, ändert sich eigentlich nicht viel. Es ist das Problem, das Hauptproblem bei WhatsApp ist, dass die Kontaktdaten, wenn ich WhatsApp installiere, ich zustimmen muss, dass die weitergegeben werden an WhatsApp und damit auch an Facebook. und dieses Problem der Schattenprofile damit ja auch existiert. Und das ist ein Problem, das haben wir immer schon. Das ist nichts Neues, das ändert sich jetzt auch nicht durch diese Änderung, die jetzt wieder verschoben wurde in den Mai hinein. Im Prinzip kann man sagen, dass da eigentlich alles relativ beim Alten bleibt, vermuten meine juristischen Kollegen. Und wenn ich jetzt, und in dieser Situation sind ja viele Jugendorganisationen, die sagen, okay, ich kann eigentlich mit meinen Jugendlichen keinen Kontakt aufnehmen, außer über WhatsApp, aber ich darf das nicht, weil der Datenschutz verbietet es mir. Ein Weg, den man machen kann, wo der Datenschutz, das auch absolut konform geht, ist, ich kaufe ein neues Handy, auf dem habe ich keinerlei Nummern gespeichert. Ich habe eine neue Nummer und eine neue SIM-Karte, also völlig clean. Und dann hole ich mir bei jeder einzelnen Person, die ich auf diesem Handy speichere, die Zustimmung ein, darf ich dich speichern und darf ich mit dir in WhatsApp in Kontakt sein. Meistens ist genau das der Grund, warum man überhaupt diese Kontaktaufnahme hat. Also wird es kein Problem bei der Zustimmung sein. Und dann gebe ich jetzt nicht unberechtigt irgendwelche Kontaktdaten weiter, zu denen ich eben diese Zustimmung nicht gehabt hätte. Und die Grundlage, wenn das jetzt jüngere Kinder sind, kann hier eben dieses berühmte berechtigte Interesse sein. Bevor ich, Christoph, ich mache jetzt noch die Zusammenfassung und dann schaue ich, ob ich zu deiner Frage eine Antwort geben kann oder vielleicht kann sie auch jemand anderer hier geben. Ganz generell in der Jugendarbeit, was, Entschuldigung, falsch geklickt, was sind so sozusagen wichtige Grundsätze, also was soll nicht passieren, mit sensiblen Daten sehr vorsichtig sein. Das kann auch sein, dass ich solche Sachen bitte nicht per E-Mail an irgendwelche Stellen weitergebe. E-Mail ist eigentlich ein datenschutzmäßiges Problem, obwohl alle es eigentlich verlangen, die auch Stellen, die genau solche sensible Daten, mit denen man zu tun hat, ich dir an die weitergeben muss. An sich ist das nicht in Ordnung. Ja, was können wir aber in der konkreten Arbeit, also gerade im Online-Kommunizieren tun, also zum Beispiel im Chat keine privaten Dinge austauschen, da wirklich solche Umgebungen verwenden, die auch wirklich für Online-Beratung gemacht sind. Und wenn ich das alles nicht habe, also irgendwann hat mein Jurist gesagt, dann ist noch allerweil gescheitert, du verwendest WhatsApp, weil in WhatsApp sind die Sachen zumindest Ende zu Ende verschlüsselt und können auch nicht ausgelesen werden und vermutlich stimmt das auch. Signal wäre auch eine Variante, aber Jugendliche auf Signal zu kriegen, vielleicht ist das im Moment möglich, wo so viele Erwachsene auf Signal wechseln. Bei den Jugendlichen bin ich mir nicht sicher, ob sie das so irrsinnig gern tun. Ich kann schauen, dass ich minimiere, dass ich Kontaktdaten von Jugendlichen an irgendwelche Firmen weitergebe. Ein Beispiel von WhatsApp habe ich das schon aufgezeigt, indem ich Sachen einfach nicht speichere, indem ich die Namen nicht einspeichere oder ähnliche Dinge. Aber was ganz schlecht wäre, aus Panik vor Verletzungen des Datenschutzes keinen Kontakt zu den Jugendlichen zu halten. Weil das ist eigentlich das Wichtige der Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen, genau diesen Kontakt zu halten. Und in Zeiten, wo wir gar keine anderen Möglichkeiten haben als digital, ist das einfach sozusagen die Grundlage der Arbeit daher auch wichtig. Und wir können uns wieder auf dieses berechtigte Interesse beziehen. Was geht also schon? Das Tratschen, Kontakt halten, Aktivitäten gestalten, miteinander spielen oder auch Musik hören, einen Film schauen. Alle diese Sachen gehen sehr wohl. Ich muss nur wirklich einfach ganz insgesamt überlegen, wo speichere ich was, was gebe ich an wen weiter. Und wenn ich auf solche Dinge achte, dann ist das sozusagen, habe ich da einen dieser wichtigen Grundsätze, die ich am Anfang schon genannt habe, auch berücksichtigt. Christoph fragt im Chat, darf ich zum Beispiel alle hier geposteten Namen und E-Mail-Adressen für einen eigenen Newsletter verwenden? Wurden ja an alle gepostet. Keine Angst, das habe ich nicht vor. Natürlich, Christoph, ich nehme mal an, du provozierst uns ein bisschen. Natürlich darfst du das nicht. Du müsstest jeden einzelnen der hier geposteten E-Mail-Adressen fragen. Darf ich deine E-Mail-Adresse verwenden für meine Newsletter? Könntest du jetzt hier machen? Weil was wir jetzt implizit gemacht haben, hat die Dagmar am Anfang gesagt, das hier hinein schreiben. Genau mit dem Zweck. Es wird eine Teilnahmebestätigung zugesendet. Wenn sie oder Kolleginnen und Kollegen das gemacht hat, wird wohl diese Liste auch wieder gelöscht werden. Und es ist also nur genau der Zweck der Teilnahmebestätigung hier und nicht, dass es irgendjemand für irgendetwas verwendet. Also das Missbräuchliche Verwenden durch irgendjemanden anderen ist nie okay. Auch wenn ich da diese E-Mail-Sammlung von irgendjemand schickt etwas aus und schickt es an 50 Leute im CC. Auch so etwas ist eigentlich nicht okay, hier die Daten weiterzugeben. In der Praxis wird nur nicht viel passieren zum Glück. Bei E-Mails muss ich sowieso immer aufpassen, wenn ich an zu viele Personen, ich glaube, die Grenze ist hier 50, auf einmal eine E-Mail schicke, dann spamme ich. Und da könnte ich auch noch Probleme mit einem anderen Recht, nämlich hier dem E-Commerce-Recht bekommen. Es ist sozusagen ein bisschen ein anderes Thema. Aber E-Mail ist gerade, was so Massensendungen anbelangt, durchaus problematisch. Jetzt schauen wir, ob noch andere Fragen sind. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dagmar, dich sehe ich nicht mehr, aber ich hoffe, du bist noch da. Nein, ich bin da, alles gut. Und ja, bitte schreibt eure Fragen in den Chat rein, wenn ihr Fragen habt. Ja, vielleicht auch, ich mache jetzt die, ich beende jetzt die Bildschirmbeigabe und schauen wir auch, vielleicht gibt es Widersprüche, vielleicht sieht irgendjemand dieses Thema anders. Das kann wirklich bei Datenschutz sein, ja, weil da ist nicht alles in Stein gemeißelt leider. Zum Christoph kann ich nur sagen, Christoph, du könntest mir auch deine E-Mail-Adresse in den Privat, also direkt mir schicken, dann würden es die anderen nicht sehen. Also das kann man auch dann so in den Chat schreiben. Aber mir ist das auch schon öfters eigentlich in den Sinn gekommen, dass sie eigentlich öffentlich sind. Genau, also du könntest Dagmar das nächste Mal morgen am Tag drei sagen, bitte schreibt es mir in den Privat-Chat, dann besteht diese Versuchung gar nicht. Die Nicole schreibt, wenn Jugendliche Fotos, Videos auf Instagram posten, in den Storys und die Jugendseite, sprich mich auf Instagram verlinken und ich das dann in meinen Storys reposte, ist das rechtlich bedenklich oder geben sie durch die Verlinkung schon die Einverständnis, dass ich das Video oder Foto verwenden darf? Ich würde mal vermuten, dass das so ist. Ich glaube, es sollte sozusagen, müsste sicherlich juristisch geprüft werden, aber ich würde vermuten, dass man so interpretieren kann, dass sie mit ihrem Verlinken oder Taggen durch dich schon sagen, ja, das ist okay, dass du das machst. Es gibt manchmal so bei manchen Sachen so etwas wie ein stillschweigendes Einverständnis. Also ich mache ein Foto jetzt, also ich nehme jetzt hier meine Kamera und ich mache das Foto und alle sehen es. Und alle, die sozusagen nicht sagen, halt, stopp, ich will das nicht, geben so ein bisschen auch ihr stillschweigendes Einverständnis. Das ist vor allem, wenn Jugendliche sich gegenseitig fotografieren. Da sagen sie ja in der Regel nicht, darf ich das? Das hat sich noch nicht so wirklich durchgebürgelt. Das machen nur wir Alte hoffentlich als Vorbild. Aber wenn die sozusagen sehen, dass die andere Person fotografiert und sie wissen auch ganz genau, das wird gepostet auf Instagram, weil die alles auf Instagram postet, dann kann man das auch ein bisschen wissen, gerade dieses stillschweigende Einverständnis werten. Also in dem Fall, wo du getaggt wirst und du repostest das. Persönlich würde ich immer nachfragen. Und zwar einfach aus dem Grund, dass wir Vorbilder sein müssen und es auch sind. Und auch wenn es nervig ist und echt super nervig und noch vierfach nervig ist, jedes Mal fragen, darf ich das Foto von dir machen, darf ich es dort und dort hinposten, weil damit lernt man auch, dass das eigentlich der richtige Weg wäre. Das ist auch bei Elternabenden, zu sagen, bitte frag deinen dreijährigen Sohn, ob du jetzt das Foto machen darfst und der Oma auf WhatsApp schicken darfst, obwohl du das zehnmal am Tag tust. Frag es zehnmal am Tag. Weil so lernt der Dreijährige auch, dass man das einfach so tut. Man fragt um Einverständnis, man holt sich die Einwilligung. Nicole, passt das? Sarah, was meinst du? Bist du hier und kannst du sprechen, was meinst du mit den Privatnachrichten auf Instagram? Genau, also wir in unserer Einrichtung haben uns gefragt, wir haben jetzt ein Instagram-Profil erstellt, einfach nur die Informationen über unser Angebot zu geben. und da ist bei uns die Frage aufgetaucht, wenn dann Jugendliche mit ihrer Geschichte über diesen Account zu uns kommen und uns da eben anschreiben, wie es da datenschutzrechtlich ausschaut, ob wir da eher vermitteln sollen auf ein anderes Medium. Ja, unbedingt. Also die Kontaktaufnahme auf Instagram, das ist in Ordnung, aber dann unbedingt auf, was weiß ich, das persönliche Gespräch wird im Moment nicht gehen, aber zum Beispiel per Telefon oder einen anderen Weg. Ich weiß nicht, ihr werdet jetzt keine Beratungsseite oder einen Beratungschat oder sowas haben, das wäre alles sinnvoll, aber dann zumindest aufs Telefon umlenken. Also sozusagen so sensible Dinge, wenn Jugendliche zu euch kommen, sagen, dass das einfach, ihr das nicht macht und bitte das und jenes ist der richtige Weg. Und da gibt es eben wirklich auch manche Leute, die sagen, da wäre WhatsApp fast gescheiter dann, weil das eben Ende zu Ende verschlüsselt ist. Aber da gibt es eben auch große Diskussionen rundherum. Also du brauchst einfach einen verschlüsselten Weg und ich bin mir nicht sicher, ob der Instagram-Privat-Chat der ist. Ich würde eher nicht davon ausgehen. Ja, danke. Vielleicht noch etwas zu Telegram, wo jetzt auch viele Leute hinwechseln. Bitte, Telegram kann man aus datenschutzrechtlichen Gründen als keineswegs sicher erachten. Der Server wurde nicht nur einmal schon ausgelesen, weiter verbreitet, Daten sind weitergegeben worden. Also es ist aus datenschutzrechtlichen Gründen keine gute Idee auf Telegram zu wechseln. Auch keine gute Idee aus anderen Gründen. Dort ist wirklich, also wenn wir im deutschsprachigen Raum von den Orten reden, wo sich die problematischen Szenen zusammenrotten, dann ist das Telegram. Wenn man dies aufsucht und aufsuchende Jugendarbeit bei Rechtsextremen, bei islamistisch denkenden Jugendlichen macht, dann bitte unbedingt auf Telegram gehen, wenn man das nicht möchte, von Telegram Abstand halten. Da ist Signal auf jeden Fall besser. Christine, du fragst, wir machen den Jugend-Internet-Monitor. Ja, und ich darf es, wie du völlig richtig dir schon denken kannst, es natürlich nicht sagen, aber ja, es gibt wirklich Veränderungen. Es gibt vor allen Dingen die Veränderung, auf die ich seit Jahren warte, nämlich die Rolle von Facebook. So viel Sneak Preview am 8.2. veröffentlichen wir in den Jugend-Internet-Monitor. Der Viber Messenger, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich habe ihn mir mal angeschaut vor vielen Jahren, weil er ist ja vor allen Dingen im Bereich der Jugendlichen, die so ehemaliges Jugoslawien, Rumänien, Bulgarien und so weiter herkünftig sind, sehr verbreitet. Was ich mich erinnere, aber das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her, er ist nicht verschlüsselt, aber der Vorteil ist, es gehört keinem amerikanischen Konzern. Also sozusagen, es ist ihm eben auch bei diesen Dingen wirklich abzuwägen. Wenn ich weiß, alle meine Jugendlichen sind auf Viber, dann wäre ich auf Viber gehen und dort mit ihnen kommunizieren. Und auch da, wenn es problematische Dinge kommen, sie aufs Telefon umlenken. Genau, Chitzi fragt Marionese, ja, ist auf jeden Fall okay. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt, also sozusagen diese Diskussion, ist es besser oder schlechter als Zoom? Kann ich keine Antwort dazu geben. Ich glaube, vermutlich ist es eher ähnlich. Bei Discord ist es ein bisschen wahrscheinlich eher einzu, also besser einzuschätzen. Nur, Chitzi hat den Nachteil, in diesen großen Gruppen kann man hier nicht agieren. Okay, danke, es sozusagen, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird noch hier sozusagen nachgetragen. Ich kann in großen Gruppen in Chitzi nicht agieren. Das heißt, das wird eher im kleinen Bereich der Fall sein. Und was ich in Chitzi schon erlebt habe, war Zoom-Bombing. Also, dass irgendjemand hineingekommen ist, der nicht hineinkommen hätte sollen. Also auch hier auf Passwortschutz und ähnliche Dinge achten. Linkt in, fragt Herbert, als das Netzwerk sozusagen unter den Professionisten. und da bin ich völlig überfragt, was den Datenschutz anbelangt. Habe ich mir noch nie angeschaut, muss ich mich entschuldigen. Aber hier ist es ja ganz generell so, dass du eher mit persönlichen, sensiblen Daten zumindest sehr zurückhaltend sein wirst. Ganz einfach, weil das die, sagen wir, die Visitenkarte der positiven Dinge nach außen ist. und ich würde auch auf Linkt in nicht empfehlen, ich weiß nicht, Beratungsgespräche durchzuführen. Verschlüsselt ist die Seite, soweit ich mich erinnere. Ich habe eine Nachricht noch, die, glaube ich, nicht im öffentlichen Chat steht. Wie steht es bei einer Institutionsseite, zum Beispiel einem Instagram Account, bei dem, bei der Einrichtung mit den Daten, wenn sensible Daten von Besuchern hinterlassen werden. Ganz generell ist es in diesem Fall sicher sinnvoll, diese Daten zu löschen. Das kannst du ja, wenn du die, sozusagen den Admin für deinen Instagram Account hast und dann die Personen sozusagen auf einem privaten Weg direkt anzusprechen und auch hier wieder auf sicherere Wege umzuleiten. Und das Interessante ist ja, dass tatsächlich viele Jugendliche im Zuge dieses letzten Jahren sowas wie telefonieren gelernt haben. Das hätten wir uns auch nicht gedacht, dass das passieren wird. Ja, meine Lieben, es ist schon drei nach zehn. Also, wenn ihr noch Fragen habt, dann schnell stellen. Ich muss dann leider auch Schluss machen, weil wir können zwar ewig noch weiter diskutieren, aber fragt noch ganz kurz eure Fragen, die ihr noch habt. Ja, werden sich jetzt da viele im Chat verabschieden. Ich glaube, Datenschutz ist ein Thema, von dem man sich nicht verunsichern lassen soll, wo man sozusagen diese Grundsätze, ich achte die Daten der Menschen, mit denen ich umgehe, ich dokumentiere, was ich damit mache, ich mache mein Bild darüber, was ich tue und was die Sache ist, aber ich sozusagen gehe proaktiv auf die Jugendlichen zu, ich halte den Kontakt mit ihnen, ich schaue, dass ich das möglichst sozusagen diesen Spagat irgendwie hinkriege. Ich glaube, das ist mittlerweile möglich, sollte auch für uns alle eine wichtige Sache sein. Eins darf nicht mehr passieren, dass uns der Datenschutz abhält, unserer Arbeit nachzugehen. In diesem Sinne Tag zwei, ich gehe wieder an dich zurück, danke. Ja, und ich sage danke am Tag zwei, es war eine super Stunde, ich finde, ich habe wieder was gelernt und ich hoffe, ihr auch und ja, Barbara, danke, es war wirklich super, es ist so schnell vergangen, wir hätten glaube ich noch eine Stunde dazu, jetzt damit Fragen weiter nehmen können, danke, dass ihr dabei warst und danke, Barbara und ich glaube, es hat den Teilnehmern und Teilnehmerinnen sehr gefallen, es kommt immer danke, super war es, danke schön, wenn ihr Lust habt, morgen geht es weiter, wenn ihr einen Motivationsschub braucht. Was ich verstehen würde, nach dem Datenschutzthema kann man Motivation schon brauchen. Ich finde, das hat mich sogar motiviert, weil ich finde auch immer, es ist so anstrengend, Datenschutz ist so oder zart zeitweise und eigentlich hat mich das schon ein bisschen motiviert, so irgendwie mach und denk nach, was du machst, aber mache. Das ist, glaube ich, das Fazit für mich einfach heute. Ich freue mich schon Tag mal auf dein TikTok-Video dazu. Wir müssen jetzt eh, wir planen jetzt sogar einen Monat nur solche Themen zu machen, wir sind gerade dabei. Und meine Lieben, ich werde die Aufnahme stoppen, danke noch einmal für alles, so, und